Hey, mein Name ist Haris van Loog, ich spiele Schluss beim BRC und werde euch heute meine drei Tipps für einen guten Kick vom Tee zeigen. Also erstmal will ich das Ziel gut platzieren, das mache ich in Richtung zum Goal, dann kommt auch schon der zweite Schritt, ich will die Naht vom Ball, wie ihr hier seht, auch in die Richtung platzieren, die ich kicken möchte. Dann stelle ich mich an den Ball und stelle mir ungefähr vor, mit welchem Teil vom Fuß ich ihn treffen möchte, nochmal hoch, dann kommt mein Anlauf, ich gehe drei Schritte zurück, zwei zur Seite, mache eine kurze Pause, dann stelle ich mir vor, wie der Ball fliegen soll, nachdem ich ihn getreten habe, dann kommt der Anlauf. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr wirklich mit dem kompletten Bein quasi durch den Ball tretet, damit der Ball auch wirklich fliegt. Ja, das waren meine Tipps, viel Spaß euch dabei. Bye. chợ